Es ist heiß. In Berlin ist der Sommer 2018 der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Ich finde andere Mädchen manchmal so schön. Ja, aber ich finde es auch schön, wenn ich den Körper von einem anderen Mädchen spüre. Beim Umbalgen oder so. Du bist 14, Nora. Da hat man so viele unterschiedliche Gefühle. Das ist in ein paar Monaten vielleicht schon ganz anders. Obwohl Schmetterlinge sich im Kuckum vollständig auflösen, erinnern sie sich an ihr Leben als Raupe. Da habe ich was im Wasser gesehen. Es sah wunderschön aus. Und als ich es dann hochgerollt habe, da war es nur einer in Farbplastiktüte. Stell dir mal vor, so ist es mit allem schön. So ist sie da. Dann ist es einfach wieder weg. Die Erinnerung des Alles, was dem Schmetterling von seinem Leben als Raupe bleibt. Und mir von diesem Sommer.